Was sind das für Geräusche? Das sind die Bäume. Was? Erinnerst du dich an den alten Wald? An der Grenze zu Burkland? Früher hat man gesagt, dass es dort etwas im Wasser gäbe, das die Bäume hochwachsen lässt. Und sie lebendig macht. Lebendig. Bäume, die flüstern. Miteinander reden. Und sich sogar bewegen.